Hallo und herzlich willkommen hier im LS22 auf Nordkrisischen Marsch, Multiplayer-Spielstand. Ja, Donnerstags Folge zum zweiten, so ungefähr. Ich war eben schon mal vom Server unten, weil ich habe die Folge aufgenommen. Ja, musste leider feststellen, gab mal wieder Windows-Update wahrscheinlich. Und ja, war nur mit Hintergrundmusik und Traktorengeräuschen. Also mein Mikrofon ging mal nicht. Gut, deshalb bin ich nochmal auf dem Server drauf. Müssen wir die Folge nochmal neu aufnehmen. Es ist auch ein bisschen was passiert. Wir können erstmal auf der Karte gucken. Gut, sehen wir jetzt noch nicht so viel. Da sieht man, wie lange gefahren bin hier. Hier unten läuft natürlich noch der Thrasher. Bei der Folge, die ich jetzt vergebens aufgenommen hatte, hatte ich überlegt, was man natürlich hier unten auf den Feldern als Zwischenfrucht natürlich Luzerne und Kleegras ansehen werden. Kein richtiges Gras, aber Kleegras werden wir ansehen. Hier fährt noch ein Kalkstreuer auf der 60. Hier drüben fährt noch der Treasure. Ich bin schon ein bisschen am Ballenpressen gewesen. Ich habe einmal Strohballen in die Pelletsfabrik gebracht, der Abbauskarte zurück. Ja, das haben wir so grob in der Folge gemacht, die es jetzt nicht gibt. So ungefähr. Da gibt es auch eine neue Methode, sozusagen. Und ja, haben sicher keinerlei Synchro, aber gut, das ist jetzt nicht so schlimm. Ja, dann waren wir natürlich gerade noch zum Ende der Folge hier unserer Crusher-Lehr. Also nicht an Weizen, sondern an Gerstle, sondern an Sprit. Der ist alle. Die müssen wir einmal hier komplett alle beiden neu bekannten, ne? Gerade noch so abgefangen. Die wollten nämlich nur tanken fahren. Da müssen wir auch in den Fäscher mal umstellen, dass sie nicht tanken fahren, ne? So, hier Servicemobil. Erstmal hier Tankstelle auspacken. So, hier müsste schon drinstehen, oder? Wieso hat der Fäscher jetzt... Achso, ich sitze im Servicemobil. Okay. Ich muss ja hier drüben einsteigen. Genau, hier hat nämlich kein Sprit. Ah ja, Rohr einklappen, sonst kommt der gleich hergefahren, ja. So, und dann muss ich mal gucken, ähm... Oh, wie klappt denn der denn zusammen? Das wollte ich doch gar nicht. Ich glaube hier an der Schneidberg aus. Mann, Mann, Mann. Jetzt bin ich aus dem Trigger gefahren, oder was? Ähm... Quatsch. Bei mir muss ich es da einstellen, oder? Das ist ja eine Fahrzeugeinstellung. Ne, oder? Das ist... Ne, wenn, dann muss es Fahrzeug sein. Automatisch aufs Banken, nein. Er hat dann noch eine Bahn, den müssen wir dann nochmal umsetzen. Das sieht man jetzt ja auch nicht, ne? Oder ist schon durch hier. Sieht ganz gut aus, ne? Ja, er hat noch die Bahn. Ging aber jetzt hier schnell. Den müssen wir hier oben noch mit ansetzen. Der zweite steht auch schon. Der habe ich gerade noch so abfahren können. Der wollte ja nämlich schon tanken fahren, ne? Dann hatte ich gesehen, dass er hier auch leer ist. Dann hatte ich den gleich ja angehalten dann noch. Dann müssen wir wahrscheinlich hier oben ans Feld nicht bloß ein Silo hinbauen. Dann bin ich wieder rausgefahren. Gut, der ist ja so gut wie voll. Es geht noch rein. 100 Liter. Nicht bloß ein Silo, sondern noch eine Tankstelle hier oben, oder was? So, nächster Wegpunkt. So, hier. Tankstelle einpacken. Auf dem nächsten. ieß. agree. foarte, 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 foarte. Und ja, der in die Säule ist jetzt auch ein Stal. Aber das war auch schon ein bisschen. Der war so ein hornер, der ist ja so gut. Und das war das, aber die Stal. Und das war jetzt schon mal so. Und ja, da war vielleicht auch ein bisschen. Und ja, da war es nicht so. Ja, die Ballenpresse hat dann ja richtig zu tun, ne? Aber da muss es durch. Ich muss erst noch unten das Feld wegpressen, aber das sollte nicht so lange dauern. Die werden wir nachher auch ansetzen können. Wir müssen bis die Ballen im Horgewände wegsammeln. So, hier vorne kann man ausmachen. Wir haben hier hinten den Motor noch drauf für die Pumpe. Und dann wird hier spät geladen. So, Arbeit beendet, Arbeit beendet. Das müsste... Ich würde ja tippen, dass es einmal der Kalkstreuer ist und wäre es noch fertig. Müssen wir mal gucken. Der Mulcher fährt aktuell nicht. Der ist fertig gewesen. Der Mulcher fährt aktuell nicht. Der Mulcher fährt aktuell nicht. Ich bin dran kommt hier ans snach. genau ich hatte ja noch gemulcht dass der auch mit fertig wir müssen ja draußen noch lang fahren die außenspur ist noch nicht ich will noch kurz hier hinter fahren dann können wir ihn abstellen ja hier muss man auch fast nehmen dass wir das wenigstens einmal im sommer machen ich weiß nicht ob wir dann noch dünnen müssen wir mal gucken wir haben uns jetzt nicht in der folge schaffen ich denke mal das werk vielleicht morgen abend machen wir mal live sind hier auf der fridge da könnte man das ja auch mal rechnen sich um das dünnen kümmern und eventuell das krass zu nehmen der braucht natürlich auch mal sprit aber wo sprit der würde platz sein mit tanken hier will ich rein so er macht er nämlich weiter am nächsten weg rum ich bin nicht nicht batterieladung hier ausmachen da könnte man ihn eigentlich sind noch drin 600 das reicht doch für den fändchen wir hier mal 28 wenn ich nicht vergesse werden wir dort den feld betanken so dann sollte erst mal hier oder alles laufen genau der sieben erste kalkstreuer die können wir natürlich umsetzen und ist auch vermutlich fertig der feld 61 werden wir dann mal hier einstellen ich habe jetzt gar nicht geguckt ob die felder waren müssen das ist doch schon wieder uns das könnte das ist schon strichrechte rechnung machen müssen nicht müssen aktuell nicht wir müssen nur gemulcht werden da sind sie ja schon und dann muss ja kalt auf wir generieren mal ab hier im kurs 61 habe ich schon umgestellt so er kann raus so zwei vorgewände und natürlich richtig richtig die kante ab wir fahren zuerst verwegpunkt übergabe die nehmen wir mal mit vor wir müssen erstmal von uns stehen lassen als der sprit wird schon bereiten dann könnte theoretisch schon die sehmaschine herrn was mir zweimal klick also direkt seite wärmer klick was machen was gerade alt haben die 61 jahr wieder zugehörigen 82 und 80 80 82 80 wird mit dazu das wird nicht das wird blick was hier drüben und hier werden wir luzerne ansehen die muss ich aber mal hier irgendwo hinstellen gucken glaube ich hier das platz oder genau die kann man hier stehen lassen mal gucken dass wir weiter in die gänge kommen dass wir die ballenpresse los schicken so nächster wegpunkt so 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 ach so ach so der treasure der treasure ist noch ganz fertig ich bin da kommt ab und man muss wenn wir mehr nach leistung bezahlt die holten der tropse hin die holten der tropse hin bleib stehen es gibt es noch nicht aber ob das so drunter durchgeschotten ist das erschließt sich mir nicht aber nicht alle ist noch was drin im bunker dann können wir ihn gleich hier wieder einstellen er wird jetzt eh wieder lust fahren weil ich so ausgeklappt habe so schnell können wir das gar nicht einklappen so jetzt müssen wir gucken wo wir ihn ansetzen ja produktionsinfo hat ich habe wo was war es denn versuchte Klappe Pilzsuppe habe ich abholen müssen die war voll beim Fischer haben wir Scholle und Hering abholen müssen das war voll beim Fischer 2 ich habe die Fischfabrik damit geliefert und Rest verkauft weil es ein Fahrlager ist schon voll mit Scholle und Hering das heißt noch irgendwas gut ach so und Kurschen habe ich an die Eisbrink verteilt so setzen wir ihn jetzt an ich glaube hier da hat er 1 2 3 4 1 2 3 ne nur hier ansetzt ist wahrscheinlich auf der anderen Seite fahren aber gut wir setzen ihn hier an das ist trotzdem eine Hilfe weil es auch gut dass er leer ist hat er vielleicht eine Chance auf die andere Seite zu kommen und werden gern nicht abgefunden ach so da ja ach da ist voll geantwortet müsste der kommen oder ja genau gut das machen die schon wir müssen uns hier unten um die ähm hier der Schildkling wir blockieren nämlich schon der Abfahrer hier jetzt noch Resetze drücken hier gerade noch so erwischt wird viel weiter ist er natürlich noch nicht ne wir könnten natürlich auch den Kurs hier anhängig machen wir gucken hier von Hand immer her wir werden das schon mitbringen so gucken wir mal am Hof wo wir eine Sämaschine finden also welchen Sinn weiß ich ne ist ein Trecker dran ne wir nehmen hier drüben wir nehmen hier den Glas da können wir eigentlich runter schicken nur 60 dort kann man schon mit Blickmaß anfangen an oder die in das ist jetzt jetzt malzfabrik so und da ist natürlich jetzt die gute frage drei tage warten ob es uns der andere wird nicht gestehen bereit unsere sorgen hörsel wird dabei da müssen wir einkaufen und ob man da abwarten das müssen wir uns echt angucken das kann man so legen beziehungsweise 40.000 liter sind noch im lager da müsste auch da müsste doch auch ein trecker rumstehen in der haupten fahrer eingestellt der haupten in die links bringen sollte genau das steht einer der haupten in die brauerei bringen sollte der ist nicht alles losgeworden weil brauerei ist voll dann hat man ja nicht noch so ein bisschen hat man doch genau hier 46.000 liter die farmer dorthin und da reichen es auf alle fälle bis zur ernte jedenfalls so hier das ist ja sogar ein hänger voll, ein anhänger voll, da gehen ja bis 40.000 rein, das ist nicht so spät so also hier Nordmalzfabrik malzfabrik malzfabrik anlieferung da braucht jemand dringender Sogumhörsel ne, braucht keiner weiter ach so was ich noch gemacht habe, müssen wir mal gucken, ist das jetzt eine felle Stunde oder unten und ich glaube das ist ja sechs, sieben Uhr soweit ne ich habe hier oben weg da ist er doch ich habe natürlich das Mineralfutter hier angeschalten, weil wir ja welches brauchen und ich habe gesehen wir hatten keinen ja immer noch die Melasse ist immer noch nicht da, wir kriegen erst Melasse verteilt ne ich will nochmal Booster kriegen theoretisch muss ich auch Melasse ankommen zur vollen Stunde, müssen wir mal beobachten ich habe es erst später angeschalten, nach sechs Uhr deshalb ist die noch nicht da ist die noch nicht da oder ich habe das Hier müssen wir dann richtig aktiv abfahren, dass dort die Ballen weg sind, denn der Drescher macht doch hier die kurzen Bahn. Da ist man ja mit Wänden, als sich mit Dreschen beschäftigt. Einer angekommen, ne, aber hier kommt er doch. So, wir müssen einstellen Klee-Kraus. 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 So, geht's los oben rechts. Auch der Nachflug, ich glaub's ja nicht. Wir schicken ihn einfach erstmal zum ersten Weg rum. Wenn nicht, müssen wir dann los schicken, was holt. Wir müssen einstellen Klee-Kraus. auch gelingen ja auch noch zwei beiden wo sind die abhauern weiter unterwegs noch das stimmt aber es nicht es riecht doch nach stau oder ja das ist einer muss der zweite hier ist nicht mein interesse da kommt hier zurück ja das bestimmt er hat nicht erst in einem voll gemacht der hat beide gleichzeitig gefüllt dann sind natürlich auch beide voll irgendwann es ist leider so machen wir es weg wenn der techer herkommt also gut ja, wir lassen abgepumpert werden so 6.59 Uhr, mal gucken ob es Melasse gibt so 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 21.000 Lohnzahlung 3M schon durch. Keine Melasse angekommen. Toll, warum ist er jetzt hier noch? Jetzt stimmt die Anzeige, okay. Ja klar, meine ist genug drin. Deshalb sind ja volle Hütte mit Lasse angekommen. Ja gut, hätten wir es selber fahren, aber gut, selber fahren, deaktivieren und naja, hast du nicht gesehen. Klei könnten wir natürlich auch mal herfahren. Habe ich auch gesehen, ist relativ voll in der Mehlfabrik, weil ich habe dort Mehl abgeholt für den Bäcker, da habe ich das gesehen. Ach der steht sogar noch dort rum. Warum fährt der denn nicht an dort? Falsch eingestellt kann er ja nicht sein. Ach doch, jetzt fährt er, okay. Mehlfabrik. Mehl, Mehl, nicht Mehlfabrik, Bäcker, da steht er. Ich meine, die kleistern nicht alle, aber können wir auf jeden Fall hinfahren. Ich habe gesehen, es ist ja relativ viel drin war. Oder meine, dass es relativ viel ist. Ich sehe mal gleich, ob das stimmt. So, hier ist sogar noch das Autoload an. So, hier einmal aus, einmal an. Klei sind drin. 447.500, genau. Hier Klei. 30 Paletten, mehr kriegt man nicht weg. So, und die fahren wir dann in die Futterfabrik. Die müsste im Norden sein, ne? Ähm, Anlieferung, ne? Aber erstmal müssen alle ordentlich Platz nehmen hier. Gut, dann schicken wir ihn mal los. Werden wir sehen, ob der dann Freitag schon angekommen ist. Mit Sicherheit, ne? Denn Plan ist für morgen hier auf der Marsch gespielen. Ansonsten nächste Folge am Sonntag. Und, ja, willkommen mal. Wie weit wir da hier vorankommen. Ich sage mal vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis dahin. Und tschüss.